Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Hier ist Jutta vom Shopping Kanal. Da die Sonne ja langsam sich wieder zu scheinen wagt, zeige ich euch heute mal die tollen Caps, die ich in meinem Shop habe. Einfach hier in den Shop gehen, den Link habe ich unter dem Video eingefügt, hier ins Sortiment und unter Caps. Da kommen die tollen 3 Panel Caps, reichliche Auswahl. Hier zum Beispiel von Atlantis, das ist ganz neu, das Cap. Das ist ein Panel Design, das ist ein Fließgewebe, 6 Steppnähte am Schirm. Ich zeige euch das auch mal ein bisschen größer. Also ein sehr schönes Cap. Für 13,23 Euro. Dann das hier von Beachfield. Zeige ich euch auch mal ein bisschen größer. Das ist doppelt, also zweifarbig. 100% Baumwollkanvas. Abgeflachter Schirm aus Wildleder. Gibt es in Schwarz und Blau. Ist eine Größe. Ist ein 5 Panel. Und das kostet 7,82 Euro. Dann das nächste. Dann das nächste. Gucken wir mal. Das hier ist schön. Vintage Flat Cap. Zeige ich euch auch mal. Ist ein Unisex Modell. Ist also für Damen und Herren. Sehr schön gearbeitet. Gibt es in SM und LXL. In Schwarz. Für 7,51 Euro. Ist auch 100% Baumwolle. Hat einen Kunststoffschirm. Ist also ein bisschen gebogen, wie man sieht. Dann gehen wir mal zu den 5 Panel Caps. Solz ist immer schön. Cap Sunny. Solz hat immer sehr schöne Cap. Seht ihr? Schöner gebogener Schirm. 5 Panel Cap. Leicht gebürstete Baumwolle. Gestickte Luftlöcher. Größenverstellung durch Kleckverschluss. Und es gibt es halt in ganz vielen Farben. Ist auch eine Einheitsgröße. Und das kostet 2,32 Euro. Die Preise sind sagenhaft. Könnt ihr richtig zuschlagen. Welches ist denn noch? Oh, hier gibt es so viele. Schaut mal durch. Das könnt ihr bedrucken. Original Cap. Da gehen wir nochmal eben rein. 100% Baumwolle. Zeige ich euch auch. Hatten hinten einen Metallverschluss. 100% Baumwolle. Und das kostet 3,05 Euro. Gibt es auch in mehreren Farben. In Rot. Das ist doch stark. Oder Royal Blue. Gehen wir wieder zurück. Flexfit. Die sind auch klasse. Das ist 5 Panel. Hat hinten den Klettverschluss. Ist 98% Polyester. Und 2% Elastan. Hat auch den gebogenen Schirm. Eine Größe. Und es gibt es in Schwarz und in Weiß. Weiß ist auch schön. Wobei Schwarz der Klassiker ist. Das kostet 22,71 Euro. Das kostet 22,70 Euro. Schauen wir mal auf der nächsten Seite. Noch eins von Flexfit. In Grau. Und in Back. Das ist so dunkelgrau. Genau. Genau. Ja. Vorgebogener, 8-fach gesteppter Schirm. Nahtfreies Frontpanel. Schirmunterseite ist in Kontrastfarbe. Und hat eben den Klettverschluss. Das kostet 17,71 Euro. Was im Sommer auch immer schön so hat. Da müssen wir nochmal einmal zurückgehen. Sind die Bandanas. Bandana Alex. Ist im Nacken zum Binden. Aus Ökotex. Zertifizierung. 50% Baumwolle. 50% Polyester. Das kostet 8,64 Euro. Gibt es in Schwarz und Weiß. So sieht es aus. Ein bisschen vergrößert. Dann hier das Halstuch. Kann man aber auch. Ne. Ist es auch für den Kopf. Ist auch für den Kopf. 30 Grad waschbar. 90% Polyester. 10% Baumwolle. Und hat die Zertifizierung fairer Arbeitsbedingungen. Das gibt es jetzt in ganz vielen Farben. Und das kostet 1,27 Euro. 1,27 Euro. Super Preis. Dann kommen wir hier zu den Camouflage Caps. Da gibt es auch eine große Auswahl. Flexfit ist auch dabei. Beachfield. Das hier ist ganz neu von Flexfit. Ja, das sieht doch klasse aus. Den gebogenen Schirm. Leicht glänzendes, PU-beschichtetes Gewebe mit Knitter-Effekt. Das ist auch eine Größe. Und das kostet 17,71 Euro. Gibt es auch in Wurst. Ja, so kann der Sommer kommen. Ohne Caps geht es im Sommer ja schon gar nicht mehr. Hüte sind auch da. Sicherheitscaps haben wir auch. Die zeige ich euch auch nochmal kurz. Die sind dann meistens in leuchtenden Farben. Die Neonfarben. Fürs Fahrrad ein Cover. Das ist die Hülle. Signal gelb. Damit ihr besser gesehen werdet. Kontext Fahrradhelm Überzug. Wasser abweisender HI-VI-Z Überzug. Kordelzug für Weitenregulierung. Reflektierende Elemente. Und das kostet 7,15 Euro. Gibt auch hier, wo ich das gerade sehe, den Überzug für den Fahrradsattel. Der gibt es in mehreren Farben. Der kostet 1,52 Euro. Könnt ihr euch gleich mitbestellen. Und ist auch wasserabweisend. Kindercaps haben wir natürlich auch für die Kleinen. Die wollen ja auch geschützt werden. Da haben wir hier von Printware. Das Original Cap. 5-Panel Cap. Sieht auch schön aus. Ist hinten der verstellbare Verschluss mit Metallschnalle. Kostet 3,05 Euro. 100% Baumwolle. Ja. Das war es erstmal. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bei dem strahlenden Wetter. Viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.